Sag mal, bin ich jetzt blöd oder habe ich die Boss-Tür in dem Level nicht gefunden? Kann das sein? Das ist ja schräg. Okay, ähm, gehe ich mal lieber noch den hier machen, weil dort jetzt so einer von den Mini-Bossen ist. Und irgendwie habe ich jetzt gerade nur noch einen gesehen. Ich hoffe doch, das bedeutet nicht, dass jetzt einer von denen für immer weg ist. Weil ansonsten müsste ich mir ein anderes Passwort suchen oder sowas. Das ist alles so Hightech hier. Ich mag das. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich gemeint habe in Teil 1 mit dem Alarm und so und alles. Mal löschen. Ich glaube, ich will vielleicht, dass der Alarm angeht, oder? Ist da nichts unten? Ah, dort ist der Tod. Ne, Tod ist leider ungesund, habe ich schon festgestellt. Das ist nicht so das Tollste. Das ist wiederum toll. Bist du wieder da? Sei wieder da. Komm, ich gehe auch ganz weit weg. Dann gehe ich wieder zurück. Jetzt sei wieder da. Nein. Ich will, dass das Ding jetzt wieder da ist, denn damit kann ich dann möglicherweise ... ... ... ... Oben hoch. So, Alarm kann jetzt aufhören. Alles wieder gut. Bin weg. Hm. Ach, jetzt ist das Ding ja schon gefallen. Nein, 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 nein. Nein! Hör doch auf! So. Jetzt bleib hier. Ich will mich an dir festhalten. Ehh. Ehh. Ich will mich an dir festhalten, du Penner. Du Fiese. Ähm. Vielleicht mit dem? Hallo? Hey. Ah, vielleicht aufgeladen. Ich kann mich nicht dran festhalten. Toll. Und der Kristall macht hier nix. Ah, aber der aufgeladene Kristall. Vielleicht wird der eine Plattform, auf die ich mich draufstellen kann. Oh. Nein, damit verlangsame ich die Zeit nur wieder. Ah, ich kann mich an dem Ding festhalten. Man sieht's. Da ist so eine Kante, die ich immer berühre. Wie komme ich da hoch? Seht ihr? Das ist was. Das Ding sagt auch, ey, ey, guck, guck. Guck, 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 guck. Ich muss eigentlich nicht mehr an Löcher springen. Ich könnte jetzt ja das Ding jedes Mal benutzen. Ah. So, also. Beim Cyber-Ding oben. Irgendwas fehlt mir noch. Damit ich höher springen kann. Oder so. Oder noch was, wo ich als Plattform benutzen kann. Hier fliegen relativ viele Blöcke rum. Und die haben auch nichts dagegen, einen zu zerquetschen. Ziemlich wenig. Das macht denen nichts aus. Die sind so schamlos. Das muss man halt ausweichen können. Oder einfach in Ruhe abwarten. Wie komme ich dort oben an das ganze Zeil? So, schauen wir mal nach. Das Auvers leckt mich doch an. Also, ich brauche auf jeden Fall irgendwas, womit ich höher springen kann oder was ich als Plattform benutzen kann. Da ist ein 3D-Laserschwert. What the? Hallo, 3D-Laserschwert. Was muss ich dagegen nicht machen? Oh, der Kristall ist so geil zum Ziel. Ja, das stört's auch nicht. Ach, der Griff. Der Griff ist verwundbar, oder was? Na, dann nimm doch mal. Zip, 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 zip. So, ist das schön. So, mal schnell aufschreiben. Danach nochmal oben. Hey, haben. Ah, Mist. Kommt davon, wenn man AFK ist. Oh, da sind schon wieder so Alarmdinger. Danke. Uh, Glück gehabt. Kein Alarm ausgelöst. Oh, oh, oh. Da hat mich grad was analysiert. Will ich das? Ich sag mal, nein. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht analysiert werden. Danke. Es ist ja immer noch da. Hey, ich kann nach oben. Ah, da ist bestimmt die Boss-Tür, oder? Huch. Was bist du für eine? Au, hallo. Ich hab da so ein Spielzeug für dich. Das gefällt dir bestimmt. Ich wusste es jedem Feld einfach. Das Sägeblatt. Das ist einfach fantastisch. Aber mit U. Du hältst was aus, oder? Mann hält der was aus. Okay, vorbei. Wo führt das jetzt hin? Was hab ich jetzt gemacht? Es ist Alarm. Wow. Hallo. Ist da was? Nö, da ist nix. Warum ist auf einmal automatisch Alarm? Hey. Hörst du auf? Sei du lieb. Und hier? Oh, nö. Ist ja mal ganz lieb. Ist das die normale Boss-Tür? Scheiße, ich glaub, das ist die normale Boss-Tür. Mist. Dann hätte ich dort ja unten weiter müssen, hm? Ah, naja. Ja, nein, vielleicht. Ja, das ist der normale Boss. Crystal? Hey, ey. Was ist das? Hallo? Schaden? Crystal? Nix da, hm? Huch. Warum läufst du an der Decke? Hey. Komm mal wieder runter. Hey. Das war auch so schnell zu sein. Hey. Der ist total böse, der Kerl. Ich will dich doch angreifen. Okay, das ist nicht so eine Schwachstellung. Und das hier auch nicht. Huch, hat er sich aufgelöst. Hat das mehr als Anscheinung gemacht? Nö. Komm, gibt's hier ein Geheimnis? Gibt's ein Geheimnis in dem Raum? Nein. Nein. So ein Zufall. Oh, das tut weh. Das ist schön. Och. Sack. Ich überlege, ob ich aufladen soll, oder ne? Ja, machen wir's mal. Ich könnte nochmal das Kristallding aufladen, ne? So zum Spaß. Und jetzt? Ist alles langsam. Und jetzt macht er noch seine Verlangsamung. Toll. Ah, ich kann noch Kristalle schießen, während es mir langsam ist. Aber sonst nichts. Komm mal her. Oh, ja. Ey, ey, ey. Auslutschen ist böse. Ey, ich kann nicht mehr aufladen. Der Penner hat gemacht, dass ich nicht mehr aufladen kann. Du Sack. Auf, geh weg. Hörst auf. Der saugt mir alles aus, der Penner. Hier, komm, das hat wenigstens Schaden gemacht. Und dann treffe ich dich auch noch ab und zu. Und zack. Ich hab den Bossraum schon wieder nicht. Ich hab kleine Magnetminen. Klub, 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 klub. Aber ich hab immer noch nichts, was mich höher sprengen lässt, verdammt.